Norwegen. Eigentlich nur ein kleines Land. Doch in Wahrheit eine Welt für sich. Willkommen auf dem Planet Norwegen. Die Evolution schuf hier einen Menschen, der das Leben in freier Natur zu einer eigenen Kunstform entwickelte. Dann kam der Ölreichtum und das Hightech-Zeitalter begann. Aber die Liebe gilt bis heute dem Leben in freier Natur. Wir Norweger haben sogar ein eigenes Wort dafür erfunden. Und während man woanders Pyramiden und Wolkenkratzer baute, bauten wir kleine gemütliche Hütten. Und kleine Schiffe mit gemütlichen Kabinen. Die Hurtigroutenflotte. Auch unsere Natur folgt eigenen Gesetzen. Paragraf 1. Im Sommer geht die Sonne nicht unter. Paragraf 2. Im Winter geht die Sonne nicht auf. Paragraf 3. Wie Paragraf 2. Aber mit Beleuchtung. Eines unserer ungeschriebenen Gesetze besagt, in Norwegen sind Hierarchien so flach wie Fjordwände hoch sind. Und das leben wir auch an Bord von Hurtigrouten. Guten Morgen, Herr Kapitän. Hallo. Ich bin der Erik. Für uns gehört es zur typischen Hurtigrouten-Atmosphäre. Genauso wie unsere sprichwörtliche Entspanntheit und unser Dresscode. Er lautet? Kein Dresscode. Für viele ist Norwegen eine Welt für sich. Für uns ist es unsere DNS. Hurtigrouten.